da kommt ihr da angeflogen glaubt mir einfach meine rubine digga was geht bei ihnen ab oder ist das dein ernst digga pick dich doch du bist stück asoziales stück hundekot dass wir bleiben drei und jetzt das sind dass sie verundet zu hüllen also jetzt mal ohne scheiß kannst du dich richtig anfangen hier mit den ganzen ob es hier aber gut da geht es jetzt einfach mal aber sehen was das abgeht da sind auch wieder alles voller fliedermäuse oder so und scheiße weiter wo kommt noch einmal jeder wolf her so nämlich alter so nämlich sie wollen muss aber das ist wieder so ein tingel aber ich wollte sagen jetzt wird es aber gerade ein bisschen kritisch sind hier überall diese scheiß blut auf dem boden das ist doch nicht zu glauben kriegen wir da los einer noch locker noch einer ja perfekt okay wieder voll in der wii so mein freund glückspilz 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 ja was hast du denn pick die bären hier was ne dämmerwald scheiße moment ich muss noch mal eben drei ist in ordnung noch ein paar rubine zusammen hier oder da hinten ist das schon wieder so einer was war ich dir jetzt hier nicht gut genug oder was er haut einfach wieder ab was ist mit ihm denn alter flohteppich ja stöckchen habe ich noch nicht wie schnell kommen die denn wieder öffnen wir schnell die truhe hier 20 ja damit haben wir sie auf jeden fall erholen uns bei dem tingel mal eine karte für den düster walter oder dämmerwald scheiß köder ruhe jetzt hier ein freund muss ich dich da jetzt echt wieder runter das soll jetzt nicht sein ernst oder na komm letzter was so perfekt mit wir haben eine von deinen wertvollen karten mein freund jetzt glaube ich gar nicht verkehrt so dann ja 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 mach dich mal weg mach dich mal weg was ist denn hier drinne was ist was ist da drinne wo sind wir sumpf schießbude weg mit dir du was ist jetzt los ach digga ich erschrecke mich jedes mal es war bleiben 48 stunden ja ist auch in Ordnung halt jetzt auf ja tatsächlich jetzt halt auf ich hoffe ja wohl wer bist du denn hey glena alles klar willst du mal spielen eh ein spiel kostet zwansch ja digga ein rubin zu wenig ne ich ja ist doch wieder typisch ja muss ja dann klingt ja eigentlich ganz in Ordnung oder da sind meine 20 so jetzt gehen wir rein jetzt gehen wir spielen jetzt gehen wir ballern alter ab in die schießbude hier das ist das kein bogen ja ich habe doch keinen bogen bodenlose frechheit ok oh ja ist, ne? Ui, Mann, du. Ey, du Arschloch. Ja? Na, komm! Krieg dich. Na los, komm, gleich die nächste hier. Na los! Was ist denn los? Willst du dich, oder was? Na, der da. Der da, komm her. Komm jetzt her. Mach dich mal weg jetzt hier. Ja. Den haben wir. So, ich muss mir eben kurz hier. Heute zum ersten Mal nach anderthalb Jahren wieder auf Arbeit gewesen. Oha! Mark, stabil. Und wie war? War gut? So, hoffe ich doch für dich. Geil, kriegen wir hier unser drittes Herzteil. Geil. Du hast den Herzteil gefunden. Du hast bereits drei Teile eingesammelt. Find ein weiteres, um deine Energieleiste zu erweitern. Geil. So würde ich mal sagen, gehen wir hier, oder? Ich glaube, hier geht's ja nämlich weiter in die Sümpfe, ne? Ach, und Mark, ich glaube, du hattest sogar ein Abo geschenkt gekriegt von Linus, oder? Der alte Gönner hat mal wieder rausgedroppt, ey. Ah, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist doch so ein Oktopus-Boy da hinten, oder? Warte, wer hier? Nein, ich kann dagegen kloppen. Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Willst du die Datei nochmal? Wählst du die Datei nochmal, ist mein Bild neben deinem Namen. Dies zeigt an, dass du beim Wiederöffnungsspiel an dieser Stelle zu dieser Zeit in deinen jetzigen Status fortsetzt. Vorsicht! Öffnest du diese Datei und drückst du es selbst, ohne vorher in eine Statue gespeichert zu haben, geht dein Fortschritt verloren. Das heißt, beim nächsten Öffnen beginnst du am ersten Tag mit dem Status, den du beim Stielen der Hymne der Zeit in Hades. Ja, mal speichern, ne? Das können wir ja machen. Okay, alles gut. Lange übergeil habe, weil ich einen neuen Bereich gearbeitet habe. Und meine Chefin hat keine Ahnung, was hier mit mir zu arbeiten gehen soll. Ah, Digga. Okay. Ah, guck an. Mal gespeichert hier, aber so können wir auch nochmal speichern. Ich wünsche deinen Abenteuer zu unterbrechen, sprich zu mir. Okay. Ja, geil. Dann weiß ich ja jetzt mittlerweile, was das zu bedeuten hat. Das ist ja cool. Ja, Marc, hab ich mal hoffen, dass du da, äh, sag ich mal, relativ schnell wieder was Geileres zu tun bekommst, ne? Und das ist ja, ist es ja auch nicht, dann dahin und Langeweile zu schieben, ey. Das ist ja kacke. Ja, wer bist du? Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen. Einfach so Geschäfts eröffnen, dazu braucht man eine richtige Beziehung. Du weißt, was ich meine? Ja, Digga, er will, er will hier Beziehungen knüpfen und, äh, was für ein Fetteschwein, Alter. Puh, spuck auf dich durch, kenn ich noch. Das ist Ocarina of Time. Nein! Was machst du denn, du Junge? So wahnsinnig? Komm rein hier, weil das auch mal was für ein Bumms ist. Infocenter. Verflucht, wo ist er bloß? Dieser verwöhnte, dieses verwöhnte Bike schwänzt schon wieder in die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh, ähm, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Hä? Buch, nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpf Infocenter veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Ah, Leute, Allah, das Gruppen dürfen daran teilnehmen. Geil. Hörbische Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, hältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Da musst du aber eine Bootsfahrt teilnehmen. Fahrkarten hältst du am Schalter gegenüber. Probier das aus. Das ist aber cool. Komis Bootsfahrten. Büro derzeit geschlossen. Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Hä? Ja, so kann ich an der Bootsfahrt nicht teilnehmen, mein Freund. Ist ja schon klar, ne? Okay, das heißt, wir müssen erstmal so einen Magieladen jetzt finden. Von der alten Schachtel. Heißt auch, zur alten Schachtel. Sehr schön. Ich glaube, so geht's einfacher. Also ich denke mal, dass das jetzt so geplant ist, dass man da so rumkommt. Da, das ist doch zur alten Schachtel, oder nicht? Was ist hier los? Wo geht's hin? Zum Magieladen, zur alten Schachtel. Guck mal, da sind wir doch sogar richtig. Da halten Sammel da. Mit dem alten Mund-Guhli, ey. Machen Abgang. Ach, guck an. So eine Hexe kennen wir doch. Wo ist sie denn jetzt hin? Was soll das? Ich muss sagen, warum ist hier nichts? Ui, da war was drin. Ja. Ein bisschen Cashmash machen, Leute. Aber warum ist sie hier jetzt abgehauen? Was soll das? Ich will hier eine Bootsfahrt machen. Hier ist doch jetzt nichts weiter, ne? Vielleicht da rein in den Topf? Das wär's doch. Oh, hier ist es aber. Was ist das? Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Okay, die ist ja gerade weggeflogen. Gucken wir mal vielleicht, ob wir reinkommen in den Bombs. Wahrscheinlich heißt es jetzt, ich bin gerade nicht da, oder? Okay, ich kann doch rein. Ja, gut, aber die, ne? Ich bin im Wald unterwegs. Kotake, Managerin. Kotake? Hieß die da auch so damals? Ne, ne? Dann gehen wir auch mal in den Wald. Beziehungsweise in den Wald, wo auch immer die jetzt da hin ist. Ich hab keine Ahnung. Wo bist denn du? Hm. Wo sind wir folgen? Ah, ist das wie die Kokiri-Wälder hier, ne? Verlorenen. Oh, du kannst doch einfach ganz normal laufen. Alter, was geht bei ihm? Oh. Ja. Hey, hey, hey. In welchen Dienst darf ich dir? Welchen Dienst auf dir weisen? Ist einfach wegen der Bootswatt gekommen. Was für ein Pech. Kume ist verschwunden. Bitte hilf mir, nach ihr zu suchen. Ja, wo ist denn der, wo ist denn der Affe? Ja, wo ist denn der Affe? Ja, wo ist denn der Affe? Ja, komm. Ja. weil da wo ist er aber so schnell ich habe gerade nach pilzen gesucht als ich plötzlich hinter uns 1 übergezogen kam dieses nervige das ist einfach geglaubt ich würde es hinter dieser maske nicht erkennen hätte gedacht dass so etwas passieren würde und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen hast du nichts dabei was energie wiederherstellt was ist das du bist auch keine hilfe bis längst nicht das was du vorgibst zu sein ja warum soll ich jetzt was dabei haben was energie wiederherstellt habe ich einfach nicht muss jetzt halt einfach mit leben da sind wir jetzt lang gegangen ach digger okay ja aber dann können wir doch sagen hier wir haben sie gefunden oder nicht laufen doch mal mit hier links rein mehr äffchen gerade hier müssen sie sein oder ja guck mal jetzt doch schon perfekt das ist doch lächerlich das horror-kit würde jedoch niemals ernsthaft schaden aber wenn es war solltest du hier diesen trank bringen siehste ich muss zurück zum laden ich verlasse mich auf dich ja so einfach geht das ja so einfach scheiße ach digger falsch okay wir müssen den affen noch mal hinterherlaufen ja ja komm dann rennen wir die alte hexe mal eben oh komm wir haben ein kleines f hier diese vogelsteuche hat ja gesagt dass es irgendwo so ein lied gibt wo man die zeit mit anhalten also verlangsamen kann ich frage mich halt wirklich ey die bräuchten wir so hier ach die farbe der duft das ist eindeutig kutakis guck an hier alter randt die sich das aber unterm nagel ey was ist jetzt denn los zieh weg darum erstmal ein schönes glas milch leute ich fühle die energie in mir kuh ist wieder da jawolli ja du hast mich gerettet anstelle der bootsfahrt nicht so für du hast sie gerade eben eine freifahrt verdient komische frische da ja du seien sehr mächtig richtig beobachtet zum seien voller giftigen wasser tempel über wasserfall komisch bruder gehen zu tempel aber bruder nicht für den eingang zu tempel tempel nur für deko bruder von deko gefangen jetzt sei in den palast Hilfe alles klar meine kleinen affenbrüder das wäre doch gelacht wenn ich das nicht hinkriege oh jawoll 40 eier bar auf kralle ich glaube wir sind bald beim dritten Tag ne mal willkommen meine tränke wirken gut kuma hat mir alles erzählt bist du nicht eigentlich wegen der bootsfahrt gekommen mit der hexe sprechen hm wenn ich nur ein paar von diesen duften in pilzen hätte die habe ich nicht schon so lange her dass meine hervorragende nase alles erschnüffeln konnte aber wie gesagt das ist lange her oh ich werde langsam alt ey wir brauchen keine tränke sparen uns das geld geht jetzt der heißbums bei dir uff das ist ne gute frage kann man eigentlich sofort mal testen ne was ist denn hier los ne da will der bot anscheinend sagen ähm i don't like you aber die anderen sachen wollen irgendwie nicht so ganz äh verrückt das ist ja ekelhaft ekelhaft so bootsfaden da wo die wo die wo die wo die wo die wo die komm rüber da hüpf 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 jo alter alleine ist man scheiß die wand an und noch mal vielleicht ist das hier das was er will oder vielleicht sogar diese scheinigung die ich habe ach so die habe ich gar nicht mehr schade fahrrad auch schon 116 stunden der schlag leute danke für den support sage ich dann nur und nochmals herzlichen dank für deine hilfe als belohung darfst du umsonst in mein boot mitfahren oh die photobox für einen schnappschuss dieser kann aber jederzeit wieder ausgetauscht werden gelingt ihr ein hübscher schnappschuss bring ihn zu dem kerl da drüben ich weiß ja nicht was ich fotografieren soll herrn feier namens geilen ich grüße dich mein freund mir geht es wie stets ja alles bestens die malerische sumpflandschaft ja wie mir ist alles gut und bei dir so was können wir jetzt fotografieren irgendwas spannendes wie gesagt ich hoffe dir ist natürlich auch alles toddi frodi mein freund was sollen wir fotografieren hier den oktodödel da haha das war's mit dir du Fettsack oh oh ist aber schön hier ja ja nächster al deko palast hier ja ist ja gut lass wieder mal raus jetzt hier was hast du vergessen pass auf wenn du trittst ja ich habe jetzt leider nichts fotografieren können aber kommt vielleicht noch für mich auch alles gut soweit du musst heute nur ein bisschen auf eine katze abgeben hier ist von der p noch etwas diese digga dann wünsche ich auf jeden fall gute besserung für das kätzchen dass da alles gut läuft dass da alles gut läuft Dekopalast ok wir sind schon beim zweiten tag das ist gar nicht so geil wir sind schon beim zweiten tag das ist gar nicht so geil he 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 hier ist es der regen äh regenten ballast des Dekoreichs zutritt nur für personen mit offiziellen aufträgen die öffentliche schmähung des dummen affen der unsere könig verärgert hat seid ihr aber der zutritt gewährt folge die saale geradeaus bis zum thronsaal ich rede aber auf keinen fall andere bereiche was ist denn hier ach die sind hier auf 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 dings hier gucken ganz genau wo ich wo ich lang gehe boah der kann aber weit gucken Ui habt ihr gesehen wie ich da sneaky piece mäßig durchgeruscht bin alter Joggen oder am auge operiert und digga das auge ist immer ist immer eine ganz ganz fiese sache fände ich ne ja digga wie gesagt ich hoffe dass das alles gut verlaufen ist was ist jetzt hier ich weiß gar nicht was ich hier mache ich gehe einfach puh ne ja da rennt er einfach durch ansehen bitte bedienen sich an unserem frischen quellwasser hier hätte man jetzt was pflanzen können oh what hier geht's hoch ne digga ohne witz jetzt hier sitzen nun wampf wampf du musst mein erster kunde seit seeeeeeer langer Zeit brauchst du ein paar Wundererbsen sobald sie vom Wasser benetzt werden wachsen große Blätter aus ihnen heraus gib dir ein Musterexemplar versuche es in weiche erde zu pflanzen du kannst sie jederzeit mehr kaufen mit Schiisch darin einfach durch du kannst sie jederzeit pflanzen aber wenn du sie nicht gießt wachsen ihre Blätter nicht egal das ist äh wahrscheinlich weiß ich nicht pflanzen kunde erste stunde du hast doch hier eine Flasche warum springt der da immer gleich sofort dahin also das verstehe ich nicht Bruder ich werde hier gleich mal ein bisschen äh wild gut gut halt erstmal machen wir uns ein bisschen Wasser jawolli ja warum auch das ist jetzt endlich er heilt musste leider unter das Messer weil die beschädigte Netzhaut nicht heilen wollte ein Herbesvirus drin in der offenen Stelle ah Digga fuck off ey ah dann wird das hoffentlich alles wieder gut verlaufen sein und jetzt schön Wasser drüber nur leider Arsch teuer Digga was das geht hier so schnell da hat man doch sonst immer richtig lange für gebraucht krass da kaufe ich gleich nochmal ein paar Wunder Erbsen Digga das heißt äh damit können wir einiges machen komm irgendwas geiles drin irgendwas geiles hier ja gut jetzt bin ich aber glaube ich auch fast voll und daher passt das gut wenn ich nochmal welche kaufen kann ich kann mir vorstellen dass sowas wahrscheinlich richtig richtig teuer ist oder hier sehr schön jetzt zwanzig Nice, die bleiben bei 10? Dann kaufe ich gleich ein paar. Ich habe jetzt schon ein paar Flecken gesehen. Oder gefunden, eher gesagt. Wo ich das reinstecken konnte. Ich hatte meine Nachbarin, wurde vom Auto angefahren. Resultat, Schwanzwurzelbruch. Es sind die Katze ohne Schwanz durch die Gegend. Ach du heilige, echt jetzt? Was sieht denn das aus? Ich meine, Hauptsache, die lebt noch, ne? Davon mal abgesehen, aber... Ohne Schwanz. Der OP hat jetzt 540 gekostet. Und der ganzen Behandlung kostet es rund 1200. 1200, da kriegst du mittlerweile den Gebrauchwagen für. Da muss ich überlegen, ey. Ich übersehe mal ein Fotofahrrad, mach das mal. Mach das mal. Ja, das war klar. So, dann wieder raus hier. Oha, weg, 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 weg. Kann ich nicht da mit dem... Komisch. Oh, 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 oh. Komm ich hier jetzt zum stärksten zurück, oder? Kann ich echt hier langlaufen? Mann. Ich kann hier irgendwo klettern, Alter. Aber das geht wohl nicht. Stell dir mir halt auch einfach absolut nicht geil vor, ne? Das arme Tier, Alter. Steht hier das Haus noch? Hä, selbstverständlich. Warum nicht? Ach, Digga, war das knapp. Das ist hier auch schon noch wieder so ein Ding. Das soll mal einer verstehen. Äh, wir gehen erstmal geradeaus jetzt hier. Ich weiß nicht, ob wir die mal als Deko unterwegs sein sollten. Guck mal lieber. Guck mal, was hier so abgeht. Welches Zelda ist das? War das in 64 Jahren? Das war das nach Ocarina of Time, Majora's Mask. Ich hab's auch noch nie gespielt. Und von daher... Oh, ich bin gespannt. Wird eigentlich ganz geil bisher. Ein Gesicht hab ich hier noch nie gesehen. Bist du ein Besucher? An und für sich sind Fremde in meinem Thron sein nicht willkommen. Aber heute mach ich eine Ausnahme. Der dumme Apfel, der die Deko-Prinzessin entführt hat, wird heute bestraft. Das ist ein Angriff auf die königliche Familie. Ich werde ihm schon zeigen, was dies zur Folge hat. Dieser dumme Apfel sitzt dort in dem Käfig. Sehen dir gut an. Okay. Ja, weiß er nicht, wie er es mit dem Handwerk bei den Werten herrn Lehrer steht. Oh, ganz gut. Man freut. Überhaupt nicht, ich hätte sie entführt, aber egal, wie oft sie es noch sagen. Das bringt die Prozessen auch nicht zurück. Wenn sie jetzt unternehmen, verliebt sie uns jetzt in einem Monster zum Opfer. Gut. Bitte, du musst mir glauben. Okay, okay, okay. Dein Bruder gesund? Wir sehen Eingang zum Käfig. Ihr kennt geheimen Weg. Ich finde die Weg von Eingang zum äußeren Garten aus. Aber Eingang hoch oben. Niemand kommt hinauf. Ich brauche Erbsen von Erbsenverkommen. Wohne unter Palastgarten. Habe ich doch. Habe ich doch. Aber easy. Verstehen Sie, was ich sage? Ja, selbstverständlich. Horror Kid Kono. Hi, du Popopirat. Masken sammeln? Aber vom Feinsten, mein Freund. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, ist doch gut. Komm, lass mich mal durch hier. So, ich gehe mal da lang. Oh, wie geht denn das da hin? Stehe da? Ich nehme mal eine Abkürzung. Nur für dich, du bist. Ah, okay. Drei. Das war doch jetzt hier. Nein, was ist denn? Was machst du? Oder du bist doch in Grenzzivil. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh, ja, oh, da, zack, zack. So, nehme ich. Jo, gerade am PC geschwungen. Direkt gesehen, du streamst, was interessant ist. Ja, also wie gesagt, das ist für mich das erste Mal, dass ich das zock. Vorher nie gespielt. Und, äh, ja. Von daher bin ich halt echt hyped is fuck, ne? Also, dass man so ein, äh, wahrscheinlich absolut geiles Game jetzt einfach komplett blind spielen kann. Zu der heutigen Zeit ist einfach, ist einfach Bombe, Digga. Ich hab das alles schon durch, aber die Nostalgie. Ja, Digga, auch, wie nach Time zum Beispiel, das ist so ein Game, das könnte ich halt immer wieder zocken. Immer. Werde ich auch. Ich hab mir nochmal die Master Quest Variante geholt. Da sind ja die Dungeons und sowas ein bisschen schwieriger. Und das werde ich definitiv, äh, auch nochmal ballern. Gut. Hab ich auch von GameCube gehabt. Nice, Digga, nice. Ja, hundertprozentig. Morgen hab ich mir so, so ein Adaptergehalt gekauft, ne? Dass ich halt den Original N64-Controller anschließen kann. Und das alleine macht's halt wirklich noch besser, vom Feeling her, ne? Das ist halt wirklich, wo ich sag, Alter, da, äh, da kriegst du, da wächst ja Stitzel, ne? Und jetzt mach doch mal hier. Was bist du für ein Assi? Deines Arsch. Gesicht. Huh. Oh, freundlich. Alter. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, ne? Wir haben ja auch schon viel im PC die N64-Emilatoren geholt. Ja, die sind auch echt gut, ne? Also, ohne Witz, ey, muss man einfach mal sagen. Feine Nummer. Okay, 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 okay. Mal erst mal wieder wegschießen, die Idioten da. Der geht mir ja schon wieder richtig auf den Pinsel. Peng, Junge. Oha. Der trifft. Easy gay, Junge. Also, der ist halt echt... Och, Digga, mach doch nicht so eine Scheiße mit mir. Da krieg ich echt Panik. Ne, wo bin ich jetzt? Ist das jetzt euer Scheißernst? Alter, was seid ihr für ein verkackter Dreckshaufen, ey. Das ist jetzt eine ganz miese Nummer, finde ich. Äh, äh, äh. Was ist denn jetzt? Ja, halt ein Sammel, ey. Junge, das war doch jetzt aber hier der heftigste Dickenhof überhaupt, Mann. Ja, Digga, komm, mach doch noch langsamer. Und ja, das ist hin. Rein in die Bombs. Und zack, Junge. Zack, die Bode hier. Komm. Ja, du brauchst jetzt hier aber auch nicht immer wieder jetzt hier so zu rütteln, du dummes Ding. Oh. Sauber. Oh, yeah. Ja, dieser Mond, der sieht auch einfach so abgefuckt creepy aus, ne? Also wirklich, ich hab... Nein! Oder, Mann, ist not your freaking fucking Ernie! Ah. Was eine abgefuckte Scheiße, Alter. Und dann kommst du da auch nicht wieder einfach so hoch, ne? Ja, komm, nervt mich alle nicht, ey. Das ist mir aber falsch gelaufen, ne? Ja, komm, dann erwisch mich. Dann erwisch mich hier. Hallo, wo bist du? Ja. Ja, ein Ringling, der denn, oder? Ja. Ist denn da auch noch was? Gucken wir mal da rum. Das war aber ganz schön knapp, du ja? Mein Gott, wie führt das denn jetzt hin? Komm ich da überhaupt irgendwo an? Nee, natürlich nicht. Meister Hackfresse denkt sich nämlich, dass er mir jetzt hier das Leben schwer machen muss, ne? Mein Bruder. Ja, ich weiß. Ja, okay. Also wir zurück. Meister Hackfresse, ey. Wie ich das Ding auch kacke finde, ne? Das fand ich bei Okarina auf Time schon scheiße. Ja, wir müssen bald auf jeden Fall uns wieder zurücksetzen lassen, leider. Ich weiß, es ist eine Blöde vorgescheuten. Die hat gesagt, es gibt irgendwo einen Song, wo man dann halbe Geschwindigkeit den Tag laufen lassen kann. Aber ich weiß nicht, wo es das gibt. Dann habe ich bisher noch nicht gefunden, ey. Ich ziehe diesen ganzen Scheiß von vorne, Alter. Das sind wir nicht meins, ne? Ich weiß nicht, ne, 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 der habe ich auch nicht vor. Ja, jetzt muss ich echt... Ganz ruhig hier. Nochmal so einen Fehler können wir uns jetzt nicht erlauben. Ich glaube auch alleine von der Zeit her nicht. Oh, weil ich diesen Mond da hinten schon sehe. Horror-Kind, Alter, du warst aber auch lange nicht da, ne? Kann das sein, ey? Ja, nee, es ist super. Ja, Digga, wo schießt ihr? Dankeschön. Erste Chat-Nachricht, achso. Denny, Tee, 1994. Lied der Zeit rückwärts spielen. Verlangt auf die Zeit. Ey, ohne Witz jetzt? Ey, das würde sowas von krass Sinn ergeben. Und Denny, Greetings, Alter. Willkommen. Ja, ja, genau, kannst du... Jede Note doppelt spielt dich in den halben Takt. Also habe ich den Song schon, ich muss das einfach nur, äh, rückwärts spielen. Krasse Scheiße. Scheiße, wie muss ich jetzt anfangen? War das richtig? Ja, die hatte mir gesagt, dass sie ein besonderes Lied oder so kennt, und da dachte ich so, äh, ich dödel, weißt du? Ist doch klar, ich habe das besondere Lied auch schon. Mein Gott, ey. Ja, gut, Leute. Danke für, für den, für den Hinweis. Das sind übrigens sehr, sehr hilfreiche Tipps. Das ist auch kein, kein Spoiler oder so, dass, sowas finde ich gut. Weil da hätte ich jetzt nämlich ewig nachgesucht, wie so, so, so ein Dödel. Meine Fresse. Ja, Danny, wie geht's hier? Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, das lassen wir mal so. Wo bin ich jetzt? Oh Gott, muss ich da jetzt noch weitermachen? Ach, nö, mein Alter. Ja, soweit kannst du nicht schießen, ne, Freundchen? Oh, ich kann aber auch nicht wegziehen, ne, Idiot. Hehehe. Hier haben wir erwischt. Ja, gut, sowas, selbst. Jo, alles, äh, Toli, Toli, Mann. Oh, nicht gerade einfach hier, dieses Game spielen zu können. Und einfach nichts darüber zu wissen, dass es, äh, so viele Spiele hat man nicht mehr, die man, äh, einfach nicht kennt. So einfach so gar nicht kennt und, äh, ist das hier umso geiler gerade. Kann mich halt echt, wie die, wie die Bosse aussehen, was man noch für Items kriegen wird. Solche Sachen halt, ne? Jawolli! So, schnell rüber da. Huh! 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 Okay. Oh nein. Oh Gott, Digga. Wenn du nah genug dran bist, kannst du auch über Z amüsieren. Dann brauchst du nicht so wie... Ha! Ha! Krassi! Achso. Hehehe. Ja, aber ich glaube, die waren doch eigentlich relativ weit weg, oder? Sagen wir ehrlich? So, Leute, da sind wir doch drin in den Bombs hier. Wär auch gelacht gewesen, ey. Hehehe. Ronsai. Ja, 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 moin. Kannst du dich nicht so freimachen? Überhaupt nicht, ich hätte sie entführt, aber egal. Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich oder tut, was immer ihr tun wollt. Hey, da ist nicht einfach so... Ich will das wegschnitzeln. Oh, du! Wie kommst du hierher? Psst. Wenn sie sich sehen, nehmen sie dich gefangen. Was? Meine Brüder haben dich um Hilfe gebeten? Das ist mir äußerst peinlich. Wir suchen das Salz zuschneiden. Wir sprechen... Na locker von da oben, oder? Hallo? Hat da keiner aufklettern? Ah, komm, Digga. Der war doch so gut wie... ...drin. Oh, komm, jetzt ist aber. Das war doch hier eine absolute Schiebung. Na, mein Freund. Ja, ist auch gut. Nimm den Fokus weg. Bring auf da. Äh, der war mich doch jetzt... Jetzt wollte ich mich, äh... Also, das ist doch jetzt hier. Digga! Sag mir, will der hier, dass das hier gerade in Schiebung ist? Ich komm dann in eine halbe Stunde, wenn du versuchst, das Salz zuschneid. Ja, also, was ist denn hier? Ach, Digga. Muss ich das von hier oben machen? Das ist doch lächerlich. Jetzt machst du mich aber zum Trigger-Master 6.000. Bruder, was ist jetzt hier schon wieder dein Problem? Ich glaub's nicht, Mann. Ja, komm, Digga. Von welcher Position soll ich den Scheiß bitte zerschnippeln, Alter? Von vorne, oder was? Von vorne? Ich kann die doch nicht von vorne zerschnippeln, Alter. Der arme Affe, ey. Ja, Digga, voll daneben. Let's go, ey. Ich werde hier gleich echt ganz schön wild. Bitte ein Instrument, mit dem man laute Töne erzeugen kann. Aus Spaß, Digga. Du hast zu mir gesagt, ich soll das Seil zerschneiden, du blödes Stück Affe, ey. Also. Wer bist du? Huch. Das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel über den Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Dekokönig glaubt, ich sei der Übeltäter, da er schenkt in meinen Worten kein Glauben. Aber die Prinzessin steckt eine Schwierigkeit. Die muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Ja, ja, natürlich verstehe ich das. Wenn ich jetzt gleich aber die Zeit wieder zurückspule, muss ich dann auch wieder die Hexe retten und alles, damit ich die Bootsfahrt machen kann. Das wäre super nervig, ey. Ja, das mache ich. Ist kein Problem, Digga. Sehr gut. Lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Ach, echt? Ja, okay, dann weiß man ja aber, was man zu tun hat, ne? Ah, es ist aber scheiße. Okay, werde ich das mit der Zeit... Warum bin ich einfach so dumm? Wirklich. Heftig, ey. Rot kann schimmeln. Und ich einfach gar nichts. Läuft. Na, das ist ja niedlich. Und jetzt kommt er da mit seiner Trompete da alles raus, ey. 1A-Song. Achso, da muss ich gar nicht mit dem Boot fahren, oder was? Ja, Leute, da wippt ihr mit, ne? So einen geilen Song habt ihr noch nie gehört. Wollte jetzt nicht spoilern, wusste nicht, dass er es schon hat. Du hast die Sonate des Erwachens erlernt, oh, Digga. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefem Schlaf fielen. Mhm. Habt ihr das gehört? Diese Melodie. Nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat. Und in den Tempel zu gelangen. Ja, Digga, du machst aber auch echt den Film von, ne? Er geht mit der Bestrafung des Affen. Hallo. Digga, komplett weggenockt. Nimm die Abkürzung, welche das Deku-Folge benutzt, um zum Dämmerwald-Tempel zu gelangen. Ah, aber du musst dich beilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Ja, ich glaube, wir setzen einmal den ganzen Bums zurück, oder? Das wird sich doch jetzt anbieten, oder nicht? Nein, was machst du? Setz dich auf! Hier gibt es eine Abkürzung. Okay, wir kommen nur noch eben hier rein. Und dann, äh... Ja, sonst kannst du halt nicht klappen, das denke ich nämlich auch, ey. Boah, Digga, was ist jetzt? Nee, okay, alles klar, Leute. Wie war das jetzt der richtige? Das war der normale Sound, ne? Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Ja, Leute, dann würde ich sagen, mögen wir das mal. Ich speichere das auch nochmal. Was los, Horror-Kid? Hast du deine Rubine weggebracht? Nö. Wo kann ich die hier wegbringen? War so gefragt. Wenn du würdest, dasинede ist,